Es ist mal wieder soweit. Die fähigsten Anwendungen zum Entrauschen, Schärfen und Optimieren von RAW-Aufnahmen steigen in den Ring. Nachdem nun auch On1 seine App NoNoise AI 2024 verfügbar gemacht hat, ist die illustre Teilnehmer-Shark komplett. Adobe Lightroom Classic, DxO Turo 4, Luminar Neo rauschfrei, On1 NoNoise 2024 und Topaz Photo AI treten gegeneinander an. Darüber hinaus wird sich zum Schluss noch eine Eule in den Ringwagen. Außer Konkurrenz, denn die Eule ist keine RAW-Datei. Auch ist sie nicht verrauscht, dafür unscharf, total out of focus. Da Topaz AI es kürzlich geschafft hat, die Unscharfe in eine scharfe Eule zu verwandeln, wollten einige unter euch wissen, ob andere Schärfungsanwendungen ebenfalls in der Lage dazu wären. Interessiert es euch, wie diese beiden Vergleiche ausgehen, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo zusammen. Willkommen beim aktuellen Vergleich der KI-Entrauschungsmaschine von Adobe, DxO, Luminar, On1 und Topaz. Und natürlich auch bei dem Versuch, eine Eule zu schärfen. Doch zunächst mal zum Entrauschen. Die unterschiedliche Ausstattung der teilnehmenden Programme macht es nicht einfach. Eines arbeitet vollautomatisch und berücksichtigt Bildrauschen, Unschärfe und Detailverlust. Ein anderes macht Ähnliches, doch erst nach Benutzereingriff. Wieder ein anderes macht nur das, was der Name verspricht. Entrauschen und lässt den Nutzer sprachlos mit einem detailarmen, recht weich gezeichneten Ergebnis zurück. Ursprünglich hatte ich vor, jede Anwendung auf den Standardeinstellungen zu belassen und den Rest der KI zu übertragen, ohne manuellen Eingriff. Aber das Ergebnis wäre, glaube ich, doch sehr unfair gewesen, denn genau das würdet ihr als Benutzer doch auch nicht machen. Man neigt dazu, zuerst mal die KI machen zu lassen, um mit dem Ergebnis völlig zufrieden zu sein oder auch nicht. Jeder von uns wird versuchen, das Optimum aus seiner Aufnahme herauszuholen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Die Ergebnisse können also nicht völlig neutral sein. Sie enthalten meine Handschrift. Berücksichtigt bitte bei dem späteren Vergleich der Ergebnisse, dass ihr eventuell ein höheres Grundrauschen einem Detailverlust vorziehen würdet oder dass ihr manches Bild lieber ein bisschen glatter und noch rauschfreier hättet. Ein absolutes No-Go sind für mich verwaschene, kaum mehr erkennbare Details und Strukturen und Artefakte in homogenen Flächen. Ihr dürft also gerne mitmachen. Entweder ihr habt schon eine der Anwendungen oder ihr installiert die Testversion. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr unter dem Video auf mehr klickt. Es wäre nett, wenn ihr meine Links in der Videobeschreibung auch benutzt. Im Fall eines Kaufs erhalte ich eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis dadurch auch nur um einen Cent erhöht. So könntet ihr meinen Kanal unterstützen, ohne dass es euch etwas kostet. Bei On-One-No-Noise oder Luminar Neo könnt ihr sogar noch zusätzlich sparen, wenn ihr meinen Rabattcode einsetzt. Den findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich habe vier RAW-Danteilen für den Vergleich ausgewählt. Jeweils eine mit ISO 500, 1600, 4000 und 40.000. Ich zeige jetzt erstmal die Bedienung der fünf verschiedenen Apps. Dazu verwende ich die Aufnahme mit ISO 500. Zum Schluss dürft ihr euer Urteil über die Ergebnisse aller vier Bilder fällen, die euch wertvolle Anhaltspunkte liefern könnten, welches Programm für eure Aufgaben am besten geeignet wäre. Dobe Lightroom Classic ist eine der komplettesten Bildbearbeitungsanwendungen auf dem Markt. Deren KI-Entrauschen, das wir unter den Details finden, wurde im April 2023 eingeführt, akzeptiert aber bisher nur RAW-Dateien. Die Entwickler planen es auch für JPEG-Fotografen nutzbar zu machen. Bisher ist davon aber nichts zu sehen. Wir klicken auf Entrauschen. Das Steuern des Grades der Rauschminderung erfolgt über diesen Schieberegler hier. Die Vorschau kann in diesem kleinen Fensterchen kontrolliert werden. Klicken wir drauf, sehen wir das Original, lassen wir die Maus los, sehen wir die Verbesserung. Dieses Fensterchen hat in etwa eine 200 bis 250 Prozent Vergrößerung. Und das ist das ganze Bild. Leider haben wir keine andere Möglichkeit, keine weitere Vergrößerungsoptionen. Ich klicke mal hier in die Mitte drauf und ziehe den Regler nach oben. Ja, stelle ich ihn auf 100 Prozent. Sehe ich speziell in den grün-dunklen Bereichen überhaupt kein Rauschen mehr. Ich lasse ihn mal auf 85 Prozent stehen. Das macht in der Vorschau einen ganz guten Eindruck. Sobald auf Verbessern geklickt wird, ist der Vorgang nicht mehr beeinflussbar. Es können auch keine weiteren Änderungen durchgeführt werden. Das Ergebnis wird als DNG im Originalordner gespeichert. Nach meiner Erfahrung geraten Bilder mit dieser Methode ein bisschen weich und lassen Details vermissen, je nach Regelstube. Natürlich könnte man dem vor dem Entrauschen mit dem manuellen Schärfen entgegensteuern. Oder man ruft in einem zweiten Schritt das exportierte DNG auf und schärft es etwas nach. Sehr viel von KI hat das dann aber nicht mehr. Luminar Neo hat die Funktionen Rauschfrei und Superschärfen in zwei Erweiterungen ausgelagert, die direkt aus der Hauptanwendung heraus aufrufbar sind. Es werden neben Raws auch Bitmap-Bilder anderer Formate akzeptiert. Selbst JPEGs können verarbeitet werden. Hier zeigt sich schon mal ein Widerspruch. Grundsätzlich sollte eine RAW-Aufnahme als erstes geschärft und entrauscht werden, bevor Tonwert- und Farbanpassungen vorgenommen werden. Eine JPEG-Datei ist aber doch bereits ein fertiges Bild, das entweder von der Software einer Kamera erzeugt oder vom Fotografen nach der Bildbearbeitung exportiert wurde. Wenn dieses JPEG-Bild dann noch entrauscht werden muss, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Sehen wir mal davon ab, dass ein JPEG eigentlich ein Endprodukt ist, das nicht weiterverarbeitet werden sollte. Kommt es als JPEG aus der Kamera? Hätte deren Software das Bild entrauschen sollen? Ist es aus einer RAW-Datei nach der Bearbeitung durch Export als DNG entstanden, dann hätte der Bearbeiter das RAW- oder die TIFF-Datei vorher entrauschen sollen. In Ausnahmefällen halte ich das Entrauschen von JPEGs trotzdem für legitim. Oft erhalten wir Bilder, die wir nicht selbst geschossen haben, übers Internet meistens. Oft sind es JPEGs. Oder die JPEGs stammen aus älteren Aufnahmen, aus einer Zeit, da man noch wenig mit RAW-Daten gearbeitet hat. Oder wir haben irgendwann mal analoge negative Dias oder Papierabzüge gescannt und der Scanner hat nur das Speichern als JPEG zugelassen. Sind einige dieser Bilder dann total verrauscht, dann werden wir froh sein, ein Tool zur Hand zu haben, mit dem wir auch diese JPEGs einigermaßen gut entrauschen können. Selbst wenn es keine Ideallösung darstellt. Ich rufe Rausch-Py auf, und es wird uns niedrig vorgeschlagen. Ihr erinnert euch, die Aufnahme hat nur 500 ISO, weist also ein leichtes Rauschen vor allen Dingen in den homogenen Flächen auf. Also wähle ich Niedrig, es geht sehr schnell und wir schauen uns das Ergebnis in der 100%-Ansicht an. Es überzeugt mich nicht so recht. Ich versuche es etwas zu korrigieren. Die Luminanz-Entrauschen von 50 auf 60 hoch. Die Farbrausch-Unterdrückung kann man ohne Probleme selbst mal auf 100 hochziehen. Ich lasse es mal bei 80. Die Details könnten ruhig etwas besser hervorgehoben sein. Schärfe, das greift jetzt schon ein bisschen in Superschärfen-AI ein. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Detailerhaltung. Ich ziehe es mal auf 200% und wir sehen, wenn ich die Schärfe hochziehe, erhöht sich das Rauschen in diesem Bereich wieder ganz deutlich. Ich lasse es also bei der Standard-Einstellung, die Details auch wieder auf 50 zurück, sonst haben wir zwar schöne Details, allerdings wieder Rauschen oder gar Artefakte in den glatten Flächen. Das stand mal auf 50. Ziehe ich das sehr hoch? Dann verschwinden die Details. Diese kleinen, feinen Härchen an den sogenannten Stachelgerüst der Raupe, die sind übrigens dafür verantwortlich, dass, wenn wir eine solche Raupe anfassen, es tagelang brennt. Gut, ich neige dazu, nach dem Rausch frei auch noch Superschärfen einzusetzen. Ich verknall es mir aber. Denn dann hätte ich es vorhin auch mit dem Lightroom-Ergebnis machen müssen. Ich lasse es also so, wie es ist. Wir schauen uns das mal vorher an und nachher bedenkt, dass es eine 200%-Ansicht, also schon eine extreme Vergrößerung. Und wir exportieren es. Möglich ist das als JPEG, PNG, TIF, JPEG 2000, Photoshop oder sogar PDF. Ich lasse es, wie bei den anderen auch, beim JPEG. Ergänze den Dateinamen noch Luminar-Rausch frei und exportiere es. Von One No-Noise AI 2024 erschien erst vor kurzem als Upgrade von der 2023er-Version. Es arbeitet als Standalone oder als Plugin aus anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Auch No-Noise AI ist zur Stapelverarbeitung geeignet. Es arbeitet mit RAW-Daten, aber auch mit Bitmap-Bildern verschiedener Typen. Auch hier gilt, die Entrauschungsalgorithmen sind auf RAW-Daten ausgerichtet und bieten nur dort optimale Ergebnisse. Ich gehe mal zur 100%-Ansicht, damit wir das besser beurteilen können. No-Noise AI ist voreingestellt, und zwar mit dem AI-Modell 2024. Wir könnten auch einen Schritt in die Vergangenheit machen und das 2023er-Modell verwenden. Wenn ich mal auf rund 200% vergrößere, sehen wir dann doch deutlich den Unterschied. Ich gehe wieder auf 2024. Die Ansicht wird aktualisiert. Ich wähle wieder den 100%-Ausschnitt. Der ist einfacher zu beurteilen. Es gibt hier die Möglichkeit, TechSharp AI zu wählen. Da wird zunächst mal gar nichts entrauscht. Es wird nur geschärft. Teilweise ziemlich extrem. Oder ich klicke auf beide. Da haben wir die Rauschreduzierung nach dem neuen Modell. Die Automatik ist an. Wir können die Luminanz-Entrauschung und Farbentrauschung und die Details nach Gusto ändern. Hier rechts unten sehen wir bei diesem roten Balken jeweils, das gearbeitet wird. Und die Schärfung ebenfalls nach dem 2024er-EI-Modell auf Automatik. Ich möchte jetzt aber keine zu extreme Schärfung haben. Ich gehe deshalb von der Automatik weg auf 50%. Setze das Mikroschärfen auf etwa 20%. Wir haben die Detailverbesserung mit etwa 30%. Ich gehe da mal hoch auf 50%. Denn es sind ziemlich feine Details, die wir hier teilweise sehen bei dieser Raupe und ihren Dacheln. Und ich klicke mal auf Anwenden. Die Verarbeitung ist fertig. Nur nochmal als Beispiel. Klicke ich auf Masken, haben wir die Möglichkeit, den Maskierungspinsel, eine Verlaufsmaske, eine AI-Pinsel, Quick-Maske, einen schnellen Maskenpinsel, eine Linienmaske, den Verfeinerungspinsel, eine Meißelbürste und einen Unschärfepinsel anzuwenden. Das sind alle Maskierungsversionen, die auch in OnOne Photo Raw 2024 zur Verfügung stehen. Das wäre der Retusche-Pinsel. Und hier haben wir nur die Ausgabe, die Möglichkeit, sie zu vergrößern oder zu verkleinern. Unter mehr exportieren wir die ganze Sache, haben auch bei OnOne wieder die Möglichkeit, verschiedene Ausgabemöglichkeiten parallel anzuwenden. Ich nehme aber jetzt wieder das 90% JPEG im Originalfolder unter dem Unterordner Ergebnis. Ein Praxisvideo über das neue OnOne No Noise 2024 habe ich bereits in Arbeit und ich werde es sobald wie möglich veröffentlichen. DxO Pure Raw 4 wurde erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Es läuft als Standalone oder Plugin aus Lightroom Classic. Pure Raw 4 ist, wie auch Lightroom Classic, für Stapelverarbeitung geeignet. Auch hier werden ausschließlich Raw-Dateien akzeptiert. Pure Raw 4 verfügt jetzt über eine Vollbildvorschau, die es ermöglicht, die Wirkung manueller Eingriffe zu beurteilen. Ein aktuelles Praxisvideo über DxO Pure Raw 4 habe ich euch hier oben rechts in der Ecke verlinkt. Ich wähle die höchste Verarbeitungsstufe, die höchstmögliche und das wäre die Prime XD2. Darunter können wir mit dem Luminanzregler das Luminanzrauschen steuern und Details erzwingen. Ich lasse gerade mal beides auf 50%. Die Objektivschärfe können wir etwas weicher, Standard, stark oder sehr hart einstellen. Ich lasse es im Moment mal auf Standard. Lignetierung, chromatische Aberration und Objektivverzeichnung lasse ich alles aktiviert. Das Ausgabeformat ist im Moment eigentlich egal für uns. Ich lasse es hier mal bei JPEG. Ein 90% JPEG lässt sich hinterher genauso beurteilen wie ein TIF, das sehr viel mehr Speicherplatz beansprucht, oder ein DNG. Es ist hier auch möglich, mehrere Ausgabeformate gleichzeitig zu exportieren. Als Ziel wähle ich den Originalordner im Unterordner Ergebnis und die Datei benennen wir um in I-Name, also Dateiname und die Verarbeitungsmethode. Voreingestellt ist der Splitscreen. Den möchte ich jetzt nicht, den schalte ich aus und kann mit einem Klick hier unten drauf vorher, nachher anzeigen lassen. Ich mache das jetzt natürlich mal in der 1 zu 1 Vorschau. Aktualisiere die Ansicht. Das war es vorher und so sieht es jetzt aus. Ich korrigiere nochmal die Luminanzentrauschen, denn dieses Bild hat eben nur 500 ESO. Da ist ein zu starkes Entrauschen eventuell gar nicht nötig. Das würde vollkommen ausreichen. Ich gehe nochmal auf die 2 zu 1 Vergrößerung. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Ich stelle die Objektivstafel ruhig mal auf stark. Die Vorschau hat sich automatisch aktualisiert und wir klicken lediglich auf jetzt entwickeln. Das dauert einen kleinen Moment. Bei Lightroom hat es übrigens etwa eine Minute gedauert. Hier steht jetzt noch ungefähr 50 Sekunden. Ich kürze das ab, denn das Zuschauen und Warten macht nicht viel Spaß. Topaz Photo AI ist eine Anwendung, die wöchentlich aktualisiert und somit ständig nicht nur verbessert wird, sondern auch neue Funktionen erhält. Es ist ebenfalls als Standalone oder Plugin verwendbar. Photo AI analysiert bevorzugt RAW-Daten, aber auch Bitmap-Bilder unterschiedlicher Dateitypen. Nach der Analyse entscheidet ein Autopilot darüber, was er am Bild für verbesserungswürdig hält. Das Schärfen von RAW-Daten, Entrauschen von RAW-Daten, Entrauschen von Nicht-RAW-Daten, Schärfen von Nicht-RAW-Bildern, aber auch Vergrößern kleinerer Bilder und die Verbesserung erkannter Gesichter. In diesem Video verwende ich weder kleine Bilder noch Bilder mit Gesichtern, da die anderen Kandidaten diese Funktionen im Rahmen des Entrauschen-Prozesses gar nicht beherrschen. Hier wurde RAW-Denoise angewandt. Klicke ich das jetzt an, sehen wir, RAW-Denoise wird immer angewandt während einer RAW-Umwandlung für bessere Bildqualität. Klicke das mal weg. Es wurde RAW-Normal angewandt. Strong wäre nicht notwendig gewesen wegen der nur 500-ISO-Körnung. Die Stärke auf Stufe 12 und die geringe Unschärfe nur auf 1. Gut, ich lasse das mal so stehen, wie es ist. Es wurde auch noch etwas nachgeschärft. Es wurde nicht das ganze Bild geschärft, sondern wir sehen das hier rechts oben am roten Overlay. Es wurde für die RAW-Automatisch eine Maske erstellt. Ich ziehe das mal hier runter in einen anderen Bereich. Die Maske ist ziemlich genau ausgewählt. Hier haben wir jetzt etwa den selben Bereich wie auch bei den anderen Verarbeitern. Es wurde Standard-Schärfen gewählt mit einer Stärke von 54 und das geringe Entrauschen nur mit 21. Ich lasse es so stehen, wie es ist. Wir sehen diese Brennfäden am Ende der Stacheln der Raupe sehr, sehr deutlich und klar und wir klicken nur noch auf Save Image. Die Möglichkeiten sind, das Eingabeformat zu behalten, JPEG, PNG, TIFF oder DNG. Ich wähle wie immer JPEG 90% im Originalordner mit dem Zusatz To Pass Photo AI und wir speichern es. Ein umfangreiches Praxisvideo zur neuen Version Photo AI 2.4 könnt ihr euch übrigens hier oben ansehen. Und jetzt, liebe Freunde, seid gespannt. Ich kenne das Ergebnis ja schon. Aber bitte seid nachsichtig. Fast jedes Bild habe ich nach meinem persönlichen Geschmack bearbeitet. Soweit es möglich war, habe ich die KI sich selbst überlassen, aber danach meiner Gestaltungswut freien Lauf gelassen. Ich habe versucht, homogene Flächen rauscharm zu lassen und gleichzeitig feine Details nicht zu unterdrücken. Schauen wir uns an, ob es mir gelungen ist. Wir vergleichen die Bilder in Lightroom. So, und jetzt gilt's, der große Vergleich. Ihr habt gesehen, die Bearbeitung der 500 ISO-Aufnahme mit den verschiedenen Anwendungen. Danach kommt eine Speiseeis, eine Food-Aufnahme von mir mit 1600 ISO. Danach kommen meine beiden Hunde auf dem Sofa mit 4000 ISO und ganz zum Schluss dieses Schärfung-, nein, dieses Entrauschungsvergleichs haben wir dann eine 40.000 ISO-Aufnahme, die nicht von mir ist. Die hat mir Topaz zur Verfügung gestellt, da meine Kamera nur bis 25.600 ISO gestattet. Ganz zum Schluss kommen wir dann zum Vergleich der Eule, außer Konkurrenz sozusagen. Dabei dreht es sich nicht ums Entrauschen, sondern ums Schärfen. So, lasst mich beginnen mit der 500 ISO-Aufnahme im Vergleich, deren Verarbeitung wir in den einzelnen Apps gerade gesehen haben. Ich vergleiche sie mit dem Split-Screen-Verfahren. Da haben wir links das Original. Ich vergrößere es jeweils und blende den hier links auch aus. Dann haben wir es entsprechend größer. Das Original in der 100%-Ansicht leicht verrauscht und die feinen Details etwas, ja, sie gehen ein bisschen verloren. Diese Fäden, die an den Spitzen der Dornen der Raupe zu sehen sind, das sind die Fäden, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Finger tagelang wie Feuer brennen, wenn wir aus Versehen diese Raupe angefasst haben. Es ist ein Nesselgift. Diese kleinen Fäden brechen ab und bohren sich teilweise in unsere Hautoberfläche. Die sind dann dafür verantwortlich, dass wir einen Mordsrespekt vor dieser Art Raupe haben. Wir haben hier rechts Topaz's Foto AI im Verhältnis zum Original. Und ich würde sagen, es ist super entrauscht. Die Details sind sehr gut zu sehen. Schau mir jetzt nochmal eine homogene Fläche an. Das 500 ISO-Rauschen und das Entrauschen von Topaz ist nicht übel. Der nächste Kandidat wäre PureRaw4 von DxO. Da kann man auch nicht meckern. Auch die homogenen dunklen Flächen ohne Artefakte super entrauscht und die Details sind sehr gut erhalten. Wer ist jetzt besser? Ich setze PureRaw4 mal auf die linke Seite und wir holen uns im Vergleich Topaz wenig Unterschied zu sehen. Gehe jetzt nochmal auf die kritischen Stellen. Da würde ich sagen, dass PureRaw4 sogar die bessere Version wäre. Es ist etwas besser entrauscht. Die Details ebenso, die feinsten Details gut erhalten. PureRaw4 ist etwas kontrastreicher. Irgendwie ein bisschen knackiger, wenn ich mir das jetzt so ansehe. Die Füße der Raupe. Da gefällt mir eher besser. Vergleichen wir ihn also unseren Spitzen- oder meinen Spitzenkandidaten mit OnOneNoNoise2024. Nicht übel. Die dunkle, homogene Fläche, auch hier, sehr schön entrauscht, ein bisschen heller, etwas weniger im Kontrast. Die Details, die feinen Details, auch sehr gut erhalten. Ähnlich wie Topaz, etwas kontrastärmer. Für mich persönlich bleibt PureRaw4 an erster Stelle. Wir holen uns Luminar Rauschpray als Vergleich. Ich glaube, wenn ihr das in der 100% Vergrößerung gut sehen könnt, seid ihr meiner Meinung. Das ist eigentlich kein Vergleich. Die dunkle, fast einfarbige Stelle zwar recht gut, entrauscht nicht ganz so gut wie PureRaw4, nur die Details, wenn ich mir das hier so ansehe und diesen Teil, da gehen Details verloren. Dieser Faden und dieser. Keine Frage. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Adobe Lightroom Classic. Entrauscht in den dunklen Flächen ebenso gut? Kann man nicht meckern? Ich hole mir gerade noch mal eine ganz dunkle. Ja, da gibt es auch nichts zu klagen. nur die Feinheiten, nur die Feinheiten, die Details im Vergleich, bleibt PureRaw4 ganz deutlich an der ersten Stelle. Noch mal das Original und wir gehen zum nächsten Bild über. Das ist nun die 1600 ISO. Links das Original in der Vergrößerung. Da sehen wir in diesem mittelhellen Bereich ganz deutlich die Körnung, das verpixelte Adobe Lightroom Classic hat es sehr schön entbrauscht. Wie sieht es aus mit den Details? Sie sind zum großen Teil gut erhalten. Sehen wir uns mal diesen Karamellklotz hier an. Ja, nicht schlecht. Also kommt Adobe Lightroom als unser Kandidat an erster Stelle. Vergleichen wir es mit Luminar Neo rauschfrei. Hier gefällt mir die Struktur besser bei Adobe Lightroom. Die Schärfe und Struktur des Blattes sind besser getroffen. Ein ganz kritischer Teil ist diese Stängel da hat Adobe Lightroom die Details besser erhalten als Luminar Neo. Weiterhin Spitzenkandidat Lightroom Classic. Verglichen mit OnOne No Noise AI 2024. Aha, hier scheiden sich nun die Geister. Die mittelhelle Fläche hat Lightroom besser entrauscht als OnOne No Noise. Nur sind die Details noch besser erhalten. Schauen wir uns jetzt die Oberfläche dieses Blattes an und das von Lightroom. Es ist schwer. Sie stehen fast auf einer Ebene bis zu diesem Karamell Klümpchen hier, der nach meinem Dafürhalten hier wesentlich besser herausgearbeitet wurde. Und ganz deutlich wird das bei diesen Zuckerspritzern, die hier zwar gut entrauscht sind, aber in diesem Vergleich würde ich ein etwas, ein geringfügig höheres Grundrauschen dem Detailverlust vorziehen. Also bisher bester und one no noise. Verglichen mit Luminar Neo rauschfrei. Ich sehe mir den Stängel an, sehe mir das Blatt an, den Klumpen, der wirkt ein bisschen unscharf und die Zuckerspritzer hier erst recht. In diesem Bereich sehen wir, dass ein höheres Grundrauschen bei Luminar übrig blieb. Und hier wird es ganz deutlich, hier ist sogar noch Farbrauschen vorhanden. Der nächste Kandidat wäre Pure Raw 4 verglichen mit on one no noise. Wow. Das überzeugt. Dieser Stängel mit dem, ich weiß nicht, ist es noch Erde oder sonst irgendwas, ist noch feiner hervorgehoben. Dieser Klumpel, man sieht wenig Unterschiede, selbst in 100% Vergrößerung, allerdings erscheint er mir irgendwie plastischer, kontrastreicher. Das wieder weniger. Sie stehen fast auf gleicher Stufe. Nur die Oberfläche, die Struktur dieses Blattes, die überzeugt und zeigt mir, es ist eine höhere, es ist keine Körnung, es ist kein Rauschen mehr bei Pure Raw 4, es ist einfach mehr Kontrast im Bild. Ich gestatte mir deshalb, Pure Raw 4 an die erste Stelle zu setzen und es bleibt noch Topaz Photo AI. Sehen wir uns die mittelhellen Stellen wieder an, da kann ich keinen Unterschied feststellen. In diesem Bereich ebenso nicht. Es ist eine leichte Farbverschiebung bei Topaz Photo AI zu sehen. Das ist ein bekanntes Problem, da Photo AI ein bisschen Schwierigkeiten mit Farbtabellen hat. Da Topaz aber als DNG Datei exportieren kann, ist es kein Problem, diesen leichten Farbstich mit einem einzigen Mausklick hinterher zu entfernen. Und es geht ja hier auch nicht um die Farbe. Hier ist dieser Teil ein bisschen kontrastreicher. Hier ist es wieder andersherum sehe ich mehr die Blattoberfläche beziehungsweise an der Blattunterseite ist es an. Es ist kaum ein Unterschied. Man muss also wirklich schon mit der Lupe drangehen um wesentliche Unterschiede zu erkennen. Hier gefällt mir dieser Kandiszucker Klumpen oder was das sein mag etwas besser Lassen wir es dabei. Die beiden sind bei dieser Aufnahme auf gleichem Niveau. Einmal mehr einmal weniger alles in allem super. Wir gehen zum nächsten Bild 4000 ISO sehen links wieder das Original und rechts Adobe Lightroom. Hier sehen wir vor allen Dingen in dieser bernsteinfarbenen Pupille meines Hundes Bagheera die Körnung das Rauschen. Das hat Adobe Lightroom ziemlich gut hingekriegt. Da kann man nicht meckern. Hier wird es schwierig, denn das sind keine Artefakte das ist die Hundedecke. Und der Rand da wo man den Schatten sieht das hat hoppla das hat Adobe Lightroom sehr gut entrauscht. Gehe nochmal in Kalis den anderen Hund auch hier hat Adobe Lightroom das Rauschen wunderbar entfernt. Also ganz klar Adobe Lightroom hat es schon mal besser gemacht als das Original die verrauschte RAW Datei. Vergleichen wir es mit Luminar Neo. Ist ja ganz nett, aber da gefällt mir wirklich das Ergebnis von Adobe Lightroom besser. Zumal sieht man hier auch noch ein bisschen die Feldstruktur. Die ist hier so ein bisschen verschwommen. Auch hier ist das Auge klarer und schärfer. Diese Haarstruktur etwas zu weich gebügelt und die wichtigen Detail ist nämlich die Barthaare. Da bleibt Adobe Lightroom vorne. Gehen wir zu On One No Noise. Eine leichte Farbverschiebung auch hier. Besser entrauscht, aber wesentliche Unterschiede sind es nicht. Die Details, die feinen Haare sind ebenfalls sehr gut hervorgehoben. Wenn ich mir diesen Teil des Halsbandes anschaue, kann ich in beiden sehr gut die Struktur erkennen. Hier ist bei On One Noise AI ein leichtes Restrauschen drin. Zugunsten der Details. On One Noise hat die Haare in diesem Fall wesentlich schärfer, deutlicher, kontrastreicher herausgearbeitet. Auch wenn ich mir so die schmutzige Pote ansehe, diese Haare sind verschwommen und diese sind klar. Ergebnis Opsa So On One No Noise aufs Treppchen. Luminar hatten wir. Kommen wir zu Pure Raw 4. Es bleibt die leichte Farbverschiebung bei On One. Es bleibt ähnlich wie bei den vorherigen Aufnahmen der sehr starke, der sehr hohe Kontrast bei Pure Raw 4. Wer es kontrastreich mag, ist hier nicht schlecht aufgehoben. Sehen wir uns diese Augen an, hier gilt das Gleiche. Schwer zu sagen, es ist Geschmackssache. Das kommt aufs Gleiche raus. Pure Raw 4, kontrastreicher und One No Noise erscheint mir irgendwie natürlicher. Es sieht fast schon ein bisschen überschärft aus. Auch das hätte ich beeinflussen können in der Bearbeitung, indem ich den Regler für den Detailerhalt etwas weiter runter ziehe. Aber das überlasse ich euch. Der nächste und letzte wäre Topaz Foto AI Machen wir weiter mit der Foto Hier gefällt mir On One besser. Die Details sind besser erhalten. Der Dreck vom Graben im Garten ebenso. Bei Topaz wieder eine leichte Farbverschiebung, aber darüber kann man sich gut streiten. Entrauscht gut. auch sehr kontraststark. Ich würde lieber hier, weil das Bild sieht mir irgendwie natürlicher aus, ich würde lieber hier den Kontrast leicht erhöhen in einer Nachbearbeitung. Ich könnte ihn auch hier leicht reduzieren. Die Struktur des Halsbandes gut erkennbar, die Schnalle nicht wegen des zu hohen Kontrastes. Aber darum geht es hier nicht. Alles in allem, es ist Geschmackssache. Topaz On One oder auch Pure Raw 4 von DxO liegen bei dieser Aufnahme in etwa auf gleicher Ebene. Unsere letzte Aufnahme 40.000 ISO links das Original. Es ist verwunderlich, das hier überhaupt noch irgendwas rauszuholen ist. Rechts haben wir jetzt wieder Adobe Lightroom. Die Augen und Pupillen bemerkenswert gut geschärft. und die Details auf den ersten Blick auch nicht übel. Also kommt Lightroom als bisher beste Version. Wir vergleichen es mit der Bearbeitung von Luminar von Neu. Hoppla. Die Erweiterung Rausch frei von Luminar Neu hat hier offenbar ihren Meister gefunden. Ich bezeichne sowas als Total Versagen. Ich erinnere mich, bei der Bearbeitung in der Rausch frei Erweiterung von Luminar Neu wurde vorgeschlagen hoch, hohes Rauschen, das habe ich auch verwendet und die Regler ganz an den Anschlag gesetzt. Vor allen Dingen haben wir hier jede Menge Farbrauschen noch im Bild. Nicht nur hier an der Nase, eigentlich überall. Ja, da brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Bei Luminar Neu bei 40.000 ISO sollte man diese App lieber nicht einsetzen. Denn das war das Maximale, was mit Entrauschen dabei möglich war. OnOne No Noise 2024 Ein leichtes Restrauschen ist geblieben, vergleichen wir das mit Adobe Lightroom Classic. Etwas heller, etwas kontrastarmer, die Details jedoch ziemlich gut hervorgehoben und zwar besser als bei Lightroom Classic. Auch hier wird es wieder Geschmackssache sein, was gefällt besser, diese Form oder jene. Offen gesagt, mir gefällt die Version von Adobe Lightroom besser. Verlassen wir an One Noise AI 2024 und gehen im Vergleich zu Pure Raw 4 von DxO. Im Auge sehe ich keinen Unterschied, keinen wesentlichen. wie üblich bei Pure Raw 4 kontrastreicher Härter. Der Detailerhalt einzigartig oder sagen wir die Detailwiederherstellung In diesem Falle mein Geschmack wäre Pure Raw 4 kommt besser raus, erhält mehr Details als es Adobe Lightroom tun kann. Hier sehen wir diese Haaransätze und diese Haare ziemlich deutlich, was bei Adobe Lightroom verwaschen ist. Also vertauschen wir die Rollen wieder und vergleichen hier mit Topaz Photo AI. Im Verhältnis zu Pure Raw 4 verbleibt bei Photo AI in der Standardeinstellung des Autopiloten etwas mehr Grundrauschen. Unwesentlich. Die Details bei Topaz ähnlich wie bei Luminar Quatsch Quatsch Gottes Willen ähnlich wie bei Lightroom Classic hier bei DxO Pure Raw 4 etwas kontrastreicher etwas schärfer und weniger Rauschen. Auch bei diesen Haarbündeln hier und was haben wir hier oben fast gleich ziemlich auf einer Stufe schwer zu beurteilen mir gefällt DxO Pure Raw 4 am besten. Und nun hoffe ich, ihr seid jetzt schlauer als vorher. Meine eigene Beurteilung sieht folgendermaßen aus. DxO Pure Raw 4 setzt sich mit den überzeugendsten Ergebnissen auf den ersten Rang. Da Pure Raw 4 auch als TIFF oder DNG speichern kann, bietet sich eine nachträgliche Tonwertanpassung an, um den starken Kontrast etwas zu reduzieren. Den zweiten Rang teilen sich On1 No Noise 2024, Topaz Photo AI und Lightroom Classic. Lightroom Classic kann seine Ergebnisse noch aufwerten, wenn die exportierte DNG-Datei erneut geladen und nachgeschafft wird. Dieser Schritt war aber nicht Gegenstand dieses Tests. Ebenso wäre es möglich, vor dem KI-Entrauschen mit Lightroom ein bisschen auf Verdacht zu schärfen. Ich selbst würde das nicht machen, da es erstens sehr schwierig sein dürfte, ein total verrauschtes Bild zu schärfen und zweitens lief es vermutlich auf mehrere Versuche hinaus. Auf diese Methode würde dem Begriff Workflow keine Ehre machen, denn die KI soll uns ja unterstützen und den Arbeitsablauf erleichtern. Workflow heißt ja schließlich Arbeitsfluss und nicht Arbeitsbremse. Der dritte Rang wird von Luminar Neo beläht. Diese Ergebnisse sind für mich nicht überzeugend. Davon abgesehen hat Luminar Neo bei der ISO 40.000 komplett versackt. Manche feinen Unterschiede sind erst in 100% Ansicht erkennbar oder in noch größerer Vergrößerung. Betrachtet man die Ergebnisse von DxO Pure Raw, Topaz Photo EI oder On One No Noise 24 in der Gesamtansicht auf einem Bildschirm, dann werdet ihr kaum Unterschiede feststellen können, weder beim Entrauschen noch bei den feinen Details. Anders sieht es aber doch aus, wenn ein Bild gedruckt werden soll. Nicht im Format 10x15 fürs Album. Ich denke da eher an 60x90 Zentimeter für die Wand oder noch größer. Dort werden dann selbst feinste Unterschiede sichtbar. Aber ihr wisst ja, dass die Ergebnisse dieses Vergleichs auch anders hätten aussehen können, wenn sie nicht von mir, sondern von euch angepasst worden wären. Tja, und jetzt noch zur Eule. Von mehreren Zuschauern wurde ich gebeten, die total unscharfe Aufnahme der Eule, die ich im Video über Topaz Photo benutzt habe, ebenfalls zu vergleichen. Leider liegt mir dieses Bild nur als JPEG vor. Somit scheiden Lightroom Classic und der XO Pure Raw 4 aus. Trotzdem möchte ich euch zum Schluss das Ergebnis dieses Vergleichs außer Konkurrenz nicht voreinteilten. Bedenkt dabei, dass die Eule nicht verrauscht war, sondern nur out of focus, also durch falsches Fokussieren unscharf wurde. Das hat Topaz Photo AI richtig als objektiv unscharfe erkannt und lediglich geschärft, nicht erbrauscht. Ich gehe die verschiedenen Versionen erst einmal im Vollbild durch. Wir haben hier das Original. Hintergrund unscharf ist in Ordnung, das Hauptmotiv, die Eule, leider ebenso unscharf. Das ist das Ergebnis der Schärfung mit Lightroom Classic. Eine automatische Maske des Hauptobjektes mit 100% Schärfen. Nochmaliges Schärfen auf das ganze Bild, weil das Schärfen in der Maske fast überhaupt nichts gebracht hat. Wir schauen uns das gleich nochmal in der 100% Vergrößerung an. Das ist das Beispiel mit Luminar Neo Superschärfen. Es ist eine manuell erstellte Maske der Eule, da KI Maskieren die Eule nicht erkannt hat beziehungsweise nicht freistellen konnte. Und jetzt das Ergebnis von Schärfen aus der DxO Nick Collection. Jetzt. Das wird schon ein bisschen schärfer. Hier habe ich die U-Point Technologie eingesetzt, um eine Maske der Eule zu erzeugen. Das Ergebnis der Schärfung mit On One No Noise 2024 sehen wir jetzt. Da ist der Kopf um das Auge herum schon sehr viel schöner zu sehen. Wobei ich sagen muss, ich habe den 2023er Algorithmus verwendet, da er ein besseres Schärfungsergebnis produzierte als der neue 2024er. In der neuen Version von No Noise AI haben wir die Wahl, welchen Algorithmus wir verwenden. Den neuen, den 24er oder den alten 2023er. Ich hätte gerne fürs Entrauschen 2024 und für das Schärfen den 23er verwendet. Leider lässt das die App nicht zu. Wir können entweder für Entrauschen und Schärfen für beides zusammen den neuen Algorithmus verwenden oder den von 2023. Ich habe mich für die 23er Version entschieden und würde sagen, das ist sehr gut geworden im Schärfungsergebnis. Grundsätzlich bin ich mit dem Entrauschen, wenn es nicht um Schärfen geht, mit der 2024er Version zufriedener. Und als nächstes und letztes haben wir jetzt Topaz Photo AI. Ohne weitere Anpassung nur mit dem Autopiloten, der die Maske der Eule automatisch erstellt hat. Ich gehe nochmal zurück zu No Noise, auch nicht übel, nochmal zur Nick Collection Output Schärpener, zurück zu Luminar Neo Superschärfen und Lightroom Classic, naja, nicht weit entfernt vom Original. Die 100% Ansicht des Originals, die 100% Ansicht der Lightroom Verbesserung ist schon scharfer geworden, allerdings hat es enormes Rauschen erzeugt. Wir kommen zu Luminar Neo, Superscharf, nicht sehr viel besser als Lightroom. Superschärfen aus der Nick Collection, geringfügig scharfer, aber zufriedenstellend nicht unbedingt. On One No Noise, egal ob 2023 oder 2024, überzeugt. Das Ohr ist noch ein bisschen unscharf und das Decca oder Titec Federn im oberen Bereich auch, aber das kann man vernachlässigen. Und zum Schluss Topaz Photo AI. Man könnte kritisieren, dass überschärft ist, etwas zu kontrastreich. Ich habe nichts geändert an der Autopilot Einstellung. Es wäre ein leichtes gewesen, dort in der Schärfungsfunktion ganz leicht zurückzugehen. Ich glaube, der Autopilot hat eine Schärfung von 52 oder 53 verwendet. Ich hätte da auch auf 35, 40 runtergehen können. Es hätte immer noch gut ausgesehen. Ich gehe von Topaz einfach nochmal zurück zu On One No Noise zu Output Sharpen aus der Nick Collection, Luminar Neo Superschärfen, Lightroom Classic und das Original. Wer auf die automatische Korrektur von uns scharfe Wert legt, ist also bei Topaz Photo AI am besten aufgehoben. Da es nicht nur RAW-Daten verarbeitet, sondern auch PNG, PSD, TIFF und JPEG, dürfte es für viele Fotografen, die vielgerühmte eierlegende Wollmilchsau sein. Entrauschen, schärfen, hochskalieren, KI maskieren, retuschieren, Gesichtsverbesserung, alles in einer Anwendung. Dafür ist sie mit 199 Dollar zwar nicht zu teuer, aber teurer als andere Plugins wie On One No Noise oder DxO Pure Raw. Ein Preisvergleich mit Lightroom oder Luminar Neo erübrigt sich, da beide keine Spezialisten sind, sondern Allround-Bildbearbeitungsprogramme. Fotografiert ihr überwiegend im Raw-Format und ihr produziert nicht allzu oft solche unscharfen Eulenbilder, könnte DxO Pure Raw 4 die beste Wahl sein. Es kostet 119 Euro. Ein Upgrade von der Vorversion ist zum reduzierten Preis zu haben. Wer Pure Raw 4 zu teuer ist, der greift zu On One No Noise AI 2024, das für rund 80 Euro erhältlich ist. Upgrades von der Vorversion kosten knapp 50 Euro. Besitzer und Abonnenten von On One Photo Raw 2024 der Komplettbildbearbeitung erhalten die Funktionen von No Noise AI 2024 automatisch mit dem nächsten kostenlosen Update. Überhaupt liegen die Ergebnisse von Pure Raw 4 und No Noise 2024 ziemlich eng beieinander. Rein technisch gesehen hat für mich DxO Pure Raw 4 die Nase vorne. Die Ergebnisse von On One No Noise sehen dagegen nicht schlechter aus und wirken auf mich irgendwie natürlicher, weniger streng. Nun muss ich keinem von euch erklären, dass ihr die Links zu allen Anbietern in der Video Logenschreibung findet, wo ihr sie bitte auch benutzt und sei es nur für eine Testversion. Ja, das war's mit unserem Vergleich. Jetzt lasse ich euch allein in eurem Elend. Allein mit der Antwort auf die Frage, wer ist es denn Lohn, der am besten entrascht oder schärft? Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video, wünsche euch ein schönes Wochenende und ein frohes Osterfest. Tschüss. Lohnen mit dem